Aber kein Foto mit dem Flitzer. Oh mein Gott, der scheiß Flitzer. Was waren die Leute sauer. So geht Trimix mit seinen Fans um. Dieser H*** gehört nicht zu meinen Fans. Der weiß genau, wie dumm Flitzer sind. Die gefährden das gesamte Projekt. Der wollte sich nur selber profilieren. Der hat selber dabei ein Video gemacht. Ich habe 30 Spiele am Stück mit jedem Zuschauer, der im Stadion war, ein Foto gemacht. Ich bin deswegen dreimal krank geworden. Wenn wir Flitzer haben, dann wird bei uns das Stadion zugemacht. Keine Zuschauer zulässig. Wir haben einen Rekord aufgestellt in der 10. Liga. Es waren über 1000 Leute im Stadion. Körperverletzung und rote Karte. Der kann mich anzeigen. Ich kann auch rot kriegen und vom Platz gehen. Das ist in Ordnung. Der zählt nicht zu meiner Community. Der zählt nicht als Fan oder irgendwas. Das ist einfach nur ein Vollidiot. Gibt es da Geldstrafe für Flitzer? Es kamen drei Einsatzwagen. Es kamen sechs Polizisten. Der Typ kriegt eine Anzeige. Stadionverbot. Sein Vater musste noch kommen. Er hätte neun Minuten warten müssen für ein Foto. Aber nur weil er ein virales TikTok machen möchte. Das ist krass. Die meisten standen voll auf meiner Seite. Nächstes Mal mache ich ein Foto mit ihm und gebe ihm noch mein Trikot mit und meine Fußballschuhe. Und dann füge ich ihn noch in meiner Fortnite-Friendlist hinzu. Das will ich einfach mal ein bisschen daddeln. Und dann werde ich noch sein Clash Royale-Deck bewerten. Da kann er mir sein Deck zeigen. Oder auch in Clash of Clans kann er mir sein Dorf zeigen. Da sage ich, oh, tolle Mauern. Schön gefarmt. Und dann machen wir so einen richtig schönen Abend zusammen. Geht noch was essen. Ganz entspannt. Und was hast du zu ihm gesagt? Nach meiner Rede jetzt. Nach meiner Rede jetzt. Ihr habt mir jetzt gerade zugehört. Und das Ganze aus meiner Perspektive wahrgenommen. Was habe ich wohl danach zu ihm geflüstert? Das Ganze aus meiner Rede. 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 Das Ganze aus meiner Rede.